Renn! Ja, ich hab's gewonnen! Was kocht so an mich! Alter, das riecht schon richtig gefährlich! Riech mal dran! Und zwar geht es eigentlich ganz einfach. Und zwar haben wir jetzt hier 5 Positionen. Von denen versuchen wir jetzt die Crossbar zu treffen. Und ich sag mal, der, der immer als erstes die Crossbar trifft, der gewinnt diese Position. Und dann muss der andere eine Chili essen. Viel Spaß! Der Druck ist eh, weil ich so da, weil ich keine Chili essen möchte. Nein! 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 Ja! Nein! Ja! Welche sehen hier schön böse aus? Ja! Gott! Also, erste Chili jetzt! Und ich muss auch sagen, den ersten Punkt, der den ersten Punkt den Köln holt. Natürlich haben wir auch die gute Bio-Milch. Ich hab Angst, ich hab Angst! Lass dir schmecken! Nächste Position! Oh mein, Alter, die Fresse, die brennt richtig! Gott! Ich muss jetzt! Ich muss jetzt! Oh ja! War der knapp! Ja! Bitte! Bitte nicht! Ah! 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 Ich hab' die Gästen aus! Ja! Die sehen alle so aus! Ah! Ah! Es riecht schon so schön! Ich riech' auch so richtig aus der Fresse nach diesen Schiliezeugen! Weißt du, es riecht so ein bisschen nach dieser Salsa-Soße von, äh, hier, wie heißt's? Nacktschuss im Kino! Aber nur halt eben viel schlimmer! Und halt eben lecker, ne? Schön! Oh, geil! So! Dritte Position! Mört ja bis jetzt echt kacke für mich! Das Coin auch mit dem First-Fight-Tript ist auch echt scheiße! Der wird aber jetzt gehen! Na! Oh Gott! Das betrifft mich! Oh! Der Druck ist auch so hoch! Bitte einfach nicht den Klang der Latte, bitte! Jawoll! Ja! Warte, 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 warte! Bevor du, bevor du jetzt schießt! Denk dran! Ich darf dir da eine Chili aussuchen, weil du nicht triffst! Nein! Nein! Colin Wacker! Wollen Sie diese Chili hier in Ihrem Mund tun? Nein! Wie die Augen groß werden! Auf zu Position Nummer 3! Alter! Scheiße! Brennt das! So! 2-1! Ich würde sagen, die Position hole ich mir auch noch! Damit wir gleich zum spannenden Finale kommen! Schmeckt's noch? Es brennt wie Hulle! Ja! Puh! 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 Sorry! Oh! Aufschluss! Ja! Ich möchte wirklich keine Chili mehr essen! Man leidet wirklich. Ja! Nein, der war zu toll. Nein! Ich möchte echt wirklich keine Chili mehr essen. Geil! Weißt du, was der süchte Beigeschmack dabei ist? Du hast sogar noch schön dieses Challenge verloren. Oh, ist doch schön! Oh, ist doch schön! Runter? Renn! Auf, du nix! Ja, ich hab's gefunden! Aber wenn ich das noch schaffe, hättest du 4 und... Was? Kotze auf mich? Ich glaub, er kotzt auf mich. Kotze? Na, du kriegst jetzt noch eine zweite. Nee, das soll ich nicht. Aber ich glaub, er hat das 4-1. Und ich mein, die Challenge hat ja auch schon gewonnen. Ready? Ja! Alter! Ich bin ein bisschen fertig. Ich bin auch so kaputt, muss ich sagen. Nein! Ja! Ah! Also wenn ich du wäre, würde ich jetzt treffen. Du musst nachziehen. Ah, Mann! Ich hab schon extra den Chili rausgeguckt für dich. Denn ich muss sagen, ich hab leider die Challenge verloren. Damit musst du keine zweite Chili essen. Nein, doch musst du. Ich hab leider drei gegessen, auch wenn die eine eben wieder halb rausgekommen ist. Ja! Ich hab mir extra gerade die größte Ausdruck, die es, glaub ich, hier drin gibt. Ich hab Angst, halt die auch gleich wieder auskotzen. Lass dir schmecken. Hör, hör, hör! Auf Kamera bleiben! Ohne Witz, glaub, mein Dritt hätt ich auch ausgetrotzt.